Bilder, die die schönen Seiten eines Extremsports zeigen. Aber die Sportler setzen sich tödlichen Gefahren aus. Keine Saison vergeht, in der nicht ein Abnoe-Taucher stirbt. Doch für die Macher des Films Narcos ist Abnoe-Tauchen einfach die schönste Sportart der Welt. Wir wollen mit unseren Filmen eine andere Sichtweise auf das Abnoe-Tauchen bieten. Deshalb zeigen wir keine Rekordversuche oder extremes Tieftauchen, sondern wir betonen bewusst die Schönheit dieses Sports. Nizza. Hier in der französischen Küstenstadt bereiten sich die Abnoe-Taucher Jules Gauthier und Guillaume Neri mit Stretching und Atemübungen auf den heutigen Dreh vor. In 100 Metern Tiefe sind die Lungenflügel so groß wie zwei Orangen. Um den Druck in der Tiefe besser aushalten zu können, machen wir sehr viele Atem- und Stretchübungen. Entspannung ist der Schlüssel zum Erfolg beim Abnoe-Tauchen. Wer gegen den Druck kämpft, spürt ihn, fühlt sich unwohl und kann sich am Ende sogar verletzen. Die beiden Abnoe-Taucher sind seit langem ein Paar. Kennengelernt haben sie sich über den Sport. Zu Filmemachern wurden sie vor vier Jahren mit ihrem ersten Video Free Fall. Inspiriert von Basejumpern zeigt es den freien Fall von Guillaume Neri im Deans Blue Hole auf den Bahamas. Guillaume war auf den Bahamas für einen Wettbewerb. Und wir hatten diese Kamera. Wir dachten, oh, wir haben diese tolle Kamera, lass unseren Film drehen. Und so haben wir Free Fall gemacht und haben inzwischen 18 Millionen Klicks auf YouTube. Einfach verrückt. Die Internetfans. Sie haben per Crowdfunding das neueste Projekt der beiden finanziert. Narcos entstand vor der eigenen Haustür. Hier in der Bucht von Villefranche-sur-Mer, sowie in den Bergen nahe der Côte d'Azur. In Narcos geht es um Halluzinationen, die Abnoe-Taucher in großen Tiefen haben. Der typische Tiefenrausch. Einmal sah Guillaume Neri, wie er seine Freundin heiratet. Diese Halluzinationen im Tiefenrausch sind nicht immer angenehm. Sie sind manchmal richtig gruselig. Besonders wenn ich vor einem Tauchgang ängstlich bin, dann kann es dort unten ein richtiger Albtraum werden. Heute stehen Probeaufnahmen für neue Videos auf dem Plan. Filmemacherin Julie Gauthier war schon immer vom Tiefenrausch fasziniert. Auch weil sie ihn selbst nie erlebt hat. Besonders stark tritt der Tiefenrausch erst in 90 Metern und mehr auf. Bei den Dreharbeiten spielen die großen Tiefen keine Rolle. Hier geht's um die Zusammenarbeit unter Wasser. Und die ist ohne schweres Tauchequipment eine andere. Unter Wasser hat man diese komplette Bewegungsfreiheit. Julie kann mir beim Dreh nach unten und oben mit der gleichen Geschwindigkeit folgen und sich um mich drehen. Abnoe-Tauchen ist ein Sport der Freiheit. Und wer als Abnoe-Taucher filmt, hat somit auch die Freiheit beim Filmen. Nach den Probeaufnahmen geht es am späten Nachmittag zurück in ihr Apartment am Rande von Nizza. Hier wartet die zweijährige Tochter Melu. Guillaume Neri nimmt diese Saison eine Auszeit von Weltrekordversuchen und Wettkämpfen. Ein Grund dafür ist der Tod eines amerikanischen Abnoe-Tauchers im Herbst vergangenen Jahres auf den Bahamas. Die gewonnene Zeit wollen die beiden für mehr Filmprojekte nutzen. Narkoz wird bald Premiere feiern und soll natürlich ein ähnlicher Erfolg werden wie Free Fall. Wir wollen nicht zu viel erwarten, sonst sind wir am Ende enttäuscht. Auch wenn wir natürlich wieder auf einen neuen Erfolg hoffen. Die Internetgemeinde muss jedoch auf Narkoz noch ein bisschen warten. Denn der Film ist zunächst nur auf Festivals zu sehen. Aber demnächst erscheint ihr neuer Internetclip, gedreht in der Unterwasserwelt von Französisch-Polynesien.